Okay. Welche Dreiecke gibt es denn? Und wie können wir die in Zusammenhang bringen? Hat da schon mal jemand eine Idee von euch? Gibt es irgendwelche Dreieckstypen, die euch einfallen, die man in so Verbindungen bringen kann, wie wir es gerade mit den Vierecken gemacht haben? Spark. Das Mikro? Also man könnte das gleiche mit den Dreiecken machen. Ja. Sag mal ein paar Dreiecke, die man irgendwie in Beziehung setzen kann vielleicht. Irgend so ein allgemeines Dreieck wahrscheinlich. Dann gäbe es ein rechtwinkliges Dreieck. Ich male mal die ganzen Dreiecke hier rechts hin, okay? Also wir haben, du hast gesagt, ein allgemeines Dreieck. Es ist immer ein bisschen schwierig, ein allgemeines Dreieck zu zeichnen. Müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr ein allgemeines Dreieck zeichnen wollt, kommt meistens ein rechtwinkliges raus oder ein gleichwinkliges und so weiter. Also wie zeichnet man ein allgemeines Dreieck? Wenn ich jetzt hier so anfange, muss ich auf jeden Fall mal aufpassen, keinen rechten Winkel zu zeichnen. Okay? Ich bin schon geneigt, einen rechten Winkel zu machen. Wenn ich jetzt hier anfange zu zeichnen, rechter Winkel, möp. Minus 2000 Aura. Also, keinen rechten Winkel. Also ich muss ein bisschen schmaler sein hier. Einen kleineren Winkel könnte ich machen oder einen größeren Winkel. Machen wir einen kleineren. So. Und jetzt zeichne ich los. Und jetzt darf ich nicht bei der Gleichschenklichkeit aufhören, sondern ich zeichne einfach mal weiter, weiter, weiter. Und zwar so weiter, dass ich durch die Verbindung keinen rechten Winkel erzeuge. Okay? So. Na komm, das ist ein allgemeines Dreieck. Was? Das könnte ein rechter Winkel sein. Das ist ein bisschen größer als ein rechter Winkel. Ja, ja. Okay. So. Aber ein rechtwinkliges Dreieck auch. Dann zeichne ich natürlich gleich einen rechten Winkel. Ist ja logisch. So. Rechtwinkliges Dreieck. Was gibt es noch für Dreiecke? Ja. Ein gleichseitiges Dreieck. Schön ein gleichseitiges Dreieck. Genau. Ja? Gleichwinklig. Oder gleichschenklich. Gleichschenklich. Gleichschenklich? Alle Winkel sind gleich groß. Nee. Sind nicht alle Winkel gleich groß. Beim Gleichschenklichen. Ich zeige dir mal ein Gleichschenkliches hier hin. Was ist beim Gleichschenklichen gleich groß? Ja? Die beiden. Genau. Zwei Seiten sind gleich lang. Zwei Seiten sind gleich lang. Also zum Beispiel die hier. Ich schreibe die mal A und A. Und die beiden Basiswinkel sind gleich groß. Das werden wir noch beweisen, dass das der Fall ist. Okay. Beim Gleichseitigen sind alle drei Seiten gleich lang. Und das ist auch gleichzeitig das Gleichwinklige. Denn wie groß sind die Winkel im gleichseitigen Dreieck? Alle 60 Grad. Genau. Weil ein Dreieck natürlich hat die Innenwinkelsumme 180 Grad. Das werden wir auch noch beweisen. Also wir haben so ein bisschen Wissen aus der Schule, dass wir hier nochmal uns genauer anschauen werden. Also ein Dreieck hat die Innenwinkelsumme 180 Grad. Und wenn beim gleichseitigen Dreieck alle drei Winkel gleich groß sind, muss ja jeder Winkel 60 Grad groß sein. 3 mal 60 ist 180. Okay. Was gibt es noch für Dreiecke? Ein stumpfwinkliges Dreieck. Was ist ein stumpfwinkliges Dreieck? Ein Dreieck, das einen stumpfen Winkel hat. Das ist ein Winkel, der größer ist als 90 Grad. Und die anderen beiden? Können keine stumpfen Winkel sein, ne? Weil wenn ein Winkel größer ist als 90 Grad, dann müssen die anderen beiden zusammengenommen ja kleiner sein als 90 Grad, damit ich insgesamt auf die Winkelsumme 180 Grad komme. Okay. Also ein stumpfwinkliges Dreieck. So, das hier ist größer als 90 Grad, der Winkel, ne? Okay. Und? Ja? Ein spitzwinkel. Alle Winkel kleiner als 90 Grad, genau. Also. So vielleicht. Spitzwinklig, ne? Das sind alle kleiner als 90 Grad. Okay. Okay. So. Wie hängen jetzt diese Dreieckstypen miteinander zusammen? Okay. Ja. Möchtest du da vielleicht ein Mikro? Oder? Willst du? Ist okay? Ich hatte jetzt gesagt, dass ein gleichseitiges Dreieck eine spezielle Form von einem gleichschenkligen Dreieck ist. Aha. Das können wir schon mal machen. Also ein gleichseitiges Dreieck ist eine spezielle Form von einem gleichschenkligen. Ich mache mir hier ein gleichschenkliges hin. Und das gleichseitige ist eine spezielle Form des gleichschenkligen. Warum? Kannst du noch eine Begründung vielleicht? Weil bei einem gleichseitigen sind ja alle Seiten gleich lang. Das heißt, auch eben die zwei Schenkel sind gleich lang. Und bei einem gleichschenkligen sind nicht mehr alle Seiten, sondern nur noch zwei gleich lang. Deswegen ist das gleichseitige eine spezielle Form vom gleichschenkligen. Genau. Das gleichseitige ist eine spezielle Form des gleichschenkligen. Beim gleichschenkligen sind zwei Seiten gleich groß. Was nicht bedeutet, dass nicht auch die dritte gleich groß sein kann wie die anderen beiden. Aber mindestens zwei sind gleich groß. Und beim gleichseitigen sind eben alle drei gleich groß. Okay. Haben wir schon zwei in Zusammenhang gebracht. Mit oder ohne Mikro? Also mit Mikro versteht man besser außen. Genau. Genau. Schon nach dem Semester muss ich mir ein neues Mikro kaufen. Aber deswegen gibt es ja diesen Würfel. Der ist relativ stabil. Ich hätte noch gesagt, dass das gleichseitige eine besondere Form vom spitzwinkeligen Dreieck ist. Das gleichseitige ist eine besondere Form des spitzwinkeligen. Ja, denn jedes gleichseitige ist spitzwinklig. Sehr gut. Also könnten wir doch hier jetzt machen Kann ich jetzt hier einen Strich machen. Ich mach's mal. Und hier einfach spitzwinklig hinschreiben. Das würde jetzt ja bedeuten, dass spitzwinkelig und gleichschenkelig nicht zusammenhängen. Ist das so? Sind gleichschenkelige nie spitzwinkelig? Amen. Doch, das geht auch. Wenn man einfach die obere Ecke nach oben zieht, sozusagen, kann es auch gleichschenkelig sein und dabei auch spitzwinkelig. Ja, genau. Spitzwinkelig kann auch gleichschenkelig sein. Kann ich jetzt, ich könnte jetzt spitzwinkelig auch so als Untertyp von gleichschenkelig machen. Geht das? Sind alle spitzwinkeligen gleichschenkelig? Auch nicht. Ich lass das mal weg hier. Wir kriegen Probleme. Wir kriegen Probleme, weil, wir können zwar sagen, ein gleichseitiges ist immer spitzwinkelig. Aber jetzt gleichschenkelig und spitzwinkelig in dieser Form zusammenzubringen, funktioniert nicht, weil manche gleichschenkelig sind spitzwinkelig, aber nicht alle. Und manche spitzwinkelig sind gleichschenkelig, aber nicht alle. Das ist nicht so wie bei Quadrat und Rechteck. Alle Quadrate sind Rechtecke. Das kriege ich bei spitzwinkelig und gleichschenkelig nicht hin. Beide Aussagen sind falsch. Alle gleichschenkelig sind spitzwinkelig. Nee, es gibt auch stumpfwinkelig gleichschenkelige. Und andersrum, alle spitzwinkelig sind gleichschenkelig auch nicht. Nicht alle spitzwinkelig Dreiecke sind gleichschenkelig. Eine einfache Sache kann ich aber noch machen. In der Reihe hier. Welche dieser Dreiecke kann ich mit diesen beiden gleichschenkelig und gleichschenkelig noch sehr einfach zusammenbringen? Wer hat eine Idee? Die einfachste aller Möglichkeiten. Das allgemeine, genau. Jetzt habe ich ein rechtwinkliges gezeichnet. Erkommt, das ist ein allgemeines Dreieck hier. Allgemein, genau. Jedes gleichschenkelig ist ein allgemeines Dreieck. Also, allgemein, gleichschenkelig, gleichseitig. Wird immer spezieller. Super. Jetzt haben wir noch rechtwinklig, stumpfwinkelig und spitzwinkelig. Wie hängen denn spitzwinkelig, rechtwinklig und stumpfwinkelig zusammen? Ja? Willst du das Mikro haben? Ja. Ne, okay. Ja, es gibt zwei einzelne Winkel. Es geht bei allen um die Winkel. Genau. Gibt es denn, stehen die irgendwie in Beziehung zueinander? Spitzwinkelig, rechtwinklig und stumpfwinkelig. Möchtest du, Maxo? Mit Mikro? Bei euch passt das so, aber die Leute kriegen es draußen nicht mit. Aber wenn ihr nicht wollt, ist es okay. Wenn es euch nichts ausmacht, wäre es gut, wenn ihr es nehmen würdet. Wenn man sich vorstellt, dass das rechtwinklige sozusagen von denen in der Mitte ist, dann gibt es, entweder ist der Winkel dann steiler, also dann halt so weiter, dann ist er stumpfwinkelig oder halt enger zusammen, dann ist er spitzwinklig. Ja, ich versuche es mal hier hin zu skizzieren. Ich bin jetzt hier leider reingekommen. Egal. Also, wir haben drei Winkel, die kleiner sind als 90 Grad, dann bin ich mehr spitzwinklig. Sobald einer von denen 90 Grad wird, bin ich rechtwinklig. und sobald der noch größer wird, ist das Dreieck stumpfwinkelig. Das sind drei komplett voneinander getrennte Dreiecksmengen. Die haben nichts miteinander zu tun, außer, dass sie alle jeweils allgemeine Dreiecke sind. Spitzwinklig. Rechtwinklig. Und ich schreibe hier mal stumpfwinkelig. So, genau. Also, ich habe hier eine Reihe mit Dreiecksbegriffen, gleichseitig, gleichwinklig allgemein und ich habe nochmal ein zweites Kategorien-System mit spitzwinklig, rechtwinklig und stumpfwinkelig. Und es ist tatsächlich so, die kann ich nicht gut jetzt in ein solches Diagramm zusammenführen. Wie sieht es denn mit den rechtwinkligen aus? Welche von den Dreiecken hier links können rechtwinklig sein? Ja? Das allgemeine oder das gleichschenklige können rechtwinklig sein. Allgemein? Das allgemeine? Und warum nicht das gleichseitige? Beim Gleichseitigen muss ja jeder Winkel 60 Grad haben und dann kann keiner 90 sein. Genau. Ja. Also, Diese beiden Dreieckstypen können rechtwinklig sein oder auch nicht. Diese beiden Dreieckstypen können rechtwinklig sein oder stumpfwinkelig. Oder auch spitzwinklig. Und ein spezieller Typ der spitzwinkligen sind die gleichseitigen. Habt ihr in der Arithmetik schon Mengenlehre gemacht und euch Venn-Diagramme angeschaut? So Mengen-Diagramme? Ne? Okay, wenn ihr das mal macht, dann könnt ihr auch mal versuchen, all diese Dreiecke in einem Mengen-Diagramm zu malen. Das funktioniert. Du musst ein bisschen aufpassen, aber das funktioniert. Aber dazu braucht ihr vielleicht erst mal diese Background-Infos. Okay. Habt ihr dazu noch Fragen? Okay. Okay. S sensiv. Okay. Vielen Dank.